Wir sind hier auf Mallorca und da leben wir mit unserem Hund Riesmo, der hier aus dem Tierheim ist von Feliz Animal. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Hund. Ich bin immer viel auf Reisen gewesen und das ist mit einem Hund nicht machbar. Jetzt leben wir hier etwas ruhiger und er begleitet mich, uns, überall hin. Er ist mein Goldschatz. Wenn ihn Leute, die ihn am Anfang gesehen haben, ihn jetzt sehen, ist es ein komplett anderes Tier. Das ist ein Tier, das eine Lebensfreude hat. Das ist ein Tier, das aufrecht geht. Er hat jetzt das Vertrauen, auch alleine angstfrei in seine Umwelt zu schnuppern. Hallo, hier ist die Christine Neubauer. Ich würde jedem ans Herz legen, geht nicht zum Züchter, geht ins Tierheim, wenn ihr einen Hund oder eine Katze wollt. Dort warten so viele Tiere, die auf ein besseres Zuhause hoffen.